Jo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich Willkommen hier bei Cengiz45TV. Ja, meine Freunde, ich habe mich leider in eine Lage buxiert, zum Teil aus Eigenverschulden, zum Teil aus Fremdverschulden, wo ich mich heute gezwungen sehe, eine Entschuldigung rauszuhauen. Und zwar möchte ich mich bei Michael Döge entschuldigen. Ich möchte mich vor allen Dingen auch bei Diesel entschuldigen. Ich möchte mich bei Steffen entschuldigen, den ich selber nicht mal kenne, persönlich. Und des Weiteren möchte ich mich bei Frank entschuldigen und beim gesamten Charter Hannover für die Sachen, die ich gesagt habe. Und zwar, ich habe mich von Karren spannen lassen. Mir wurden Infos weitergegeben, denen ich einfach blind vertraut habe, ohne die gegen zu prüfen. Man hat mich von Karren gespannt, man hat mich heiß gemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich in dieser Art und Weise in verbaler Form in zwei Videos da explodiert bin. Micha, wir haben ja bereits persönlich telefoniert und sind ja auch in Kontakt. Ich habe mich persönlich bei dir entschuldigt. Hier jetzt nochmal die öffentliche Version. Diesel, du hast mir auch nichts Schlechtes getan. Auch bei dir genau dasselbe, leider. Du wurdest mit reingezogen. Man hat mir auch ein schlechtes Bild von dir vermittelt und mir erzählt, dass du halt so über mich hergezogen hättest hinter meinem Rücken. Bei mich ja genau dasselbe. Ich kenne dich selber nicht, aber da auch. Man hat mich da angeheizt, dass ich gegen dich schießen soll. Und ja, wenn man dann loyal zu gewissen Leuten und zu einer Farbe ist, hinter der man steht, dann ist man dann auch bereit, das zu machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Warum, weshalb, wieso? Wie gesagt, der Fehler, ich möchte die Schuld gar nicht hier von mir weisen. Sonst würde ich mich gar nicht entschuldigen. Nur muss man auch die Umstände berücksichtigen. Wie gesagt, da wurde ich angeschoben, ich wurde angelogen. Und trotzdem war es natürlich mein Fehler, dass ich das Ganze nicht gegengecheckt habe. Michael, du hast mit mir mehrfach telefoniert danach. Du hast gesagt, ey, das stimmt nicht. Würde ich nicht machen. Lass uns hinsetzen, reden. Und trotzdem habe ich das verneint und abgestritten. Du hast eigentlich das Beste gemacht, was man in der Situation machen kann, anstatt irgendwie wütend rumzuschreien und mir zu drohen oder sonst wie was. Du hast so wie ein vernünftiger Erwachsener Mann gesagt, ey, das ist einfach nicht korrekt. Du hast mir damals schon gesagt, du wirst von Karin gespannt. Die benutzen dich. Ich wollte es nicht glauben. Ich hätte, ja, ich hätte auf deine Lebenserfahrung da hören sollen und ich war der Meinung, ich wüsste es besser. Dem war nicht so, wie es sich jetzt natürlich am Ende herausgestellt hat. Deswegen, wie gesagt, eine aufrichtige Entschuldigung von mir an dich, Micha, an Frank. Wir hatten telefoniert, ähm, dass ich da auch bei dir so stur war und nein gesagt habe. Ähm, anders, äh, Vater Hannover, falls ich euch da mit Kopfschmerzen gemacht habe oder falls ihr euch in irgendeiner Weise da angegriffen gefühlt habt. Ähm, ja, und, äh, wie gesagt, selbstverständlich bei dir, Micha, und bei Diesel auch. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ich mochte dich und eigentlich ziemlich beschissen, wie das dann gelaufen ist. Ähm, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir noch, ey, cool, was ein richtiger Oldschool-Rocker, so sieht man nur noch selten heutzutage. Ähm, ja, und dann wurden mir halt, wie gesagt, die Lügen auch über dich aufgetischt. Beziehungsweise, ähm, dass du halt sehr schlecht über mich geredet haben sollst. Und, äh, so ist das Ganze entstanden, ne? Ja, ähm, ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an. Ich hoffe, wir können mal wieder an den Tisch sitzen und das Ganze auch nochmal vernünftig von, äh, Mann zu Mann klären, von Angesicht zu Angesicht. Ich bin niemand, der sich versteckt. Ähm, in diesem Sinne, äh, ja, ich bin auf jeden Fall bereit, für meine Fehler gerade zu stehen. Ähm, ansonsten, was soll ich sagen? Wenn man Scheiße baut, muss man auch die Eier in der Hose haben, sich zu entschuldigen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Weise erpresst worden bin oder man mich irgendwie nötigt oder sonst wie was. Ähm, das Thema war eigentlich schon lange vom Tisch. Nur, bei den aktuellen Ereignissen, die da gerade passiert sind, da kommen dann halt auch solche Sachen bei raus. Und, ähm, es war ja sogar noch, theoretischerweise hätte ja noch mehr kommen sollen, was ich von meiner Seite aus auch verneint hab. Ähm, ich hätte ja viel mehr machen sollen, wo ich gesagt hab, ey, nee, mach ich nicht. Ähm, das solltet ihr vielleicht auch an dieser Stelle noch wissen. Ähm, ja. In diesem Sinne, äh, für Scheiße baut muss dazu stehen. Ich mach das hier an dieser Stelle. Und, äh, hoffe, das kommt bei euch an. Das kommt bei euch an, so wie es gemeint ist. Und, ähm, dass ihr mir verzeihen könnt. Und, ja. Ich bin dann erstmal raus. Haut rein. Peace. Ciao.